Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Stable und es gibt einen neuen Gutschein-Code, denn ab jetzt bekommt ihr eine Woche gratis Star Rider mit dem neuen Code 1WeekFree. Den Code könnt ihr auf der Star Stable Seite bei euren Account-Einstellungen, könnt ihr dann auf Gutschein-Codes gehen und dort den Code eingeben. Doch was sind die Bedingungen für den Code? Erstmal steht es hier, der Code läuft vom am 3. Mai um 18 Uhr aus und er gilt für alle, die derzeit kein Star Rider sind. Das ist natürlich wiederum ein bisschen schade, das heißt, wenn ihr aktuell Star Rider seid, müsst ihr hoffen, dass quasi euer Abonnement in der Zeit ausläuft, damit ihr das nutzen könnt. Das finde ich leider ein bisschen schade. Ich fände es cool, wenn ihr das Ganze on top bekommen könntet die Woche, aber es gibt auf jeden Fall ansonsten für alle, die aktuell kein Star Rider sind, wieder eine Woche die Möglichkeit, euch in Star Stable mit euren Freunden hier als Star Rider umherzumachen. Ich finde es ganz cool, dass mal wieder so ein Code reingekommen ist. Eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das, dass es wieder mal einen Star Rider Code gibt? Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!